Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4757 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Feuerwehrleute haben gute Aufstiegschancen und können sich für höhere Positionen weiterbilden. Meine Haut braucht viel Pflege. Ich habe schon viele Cremes ausprobiert. Der Schiedsrichter hat gut aufgepasst und pfeift ein Foul. Du kannst es mir schicken. Dann schaue ich mir das Zuhause noch einmal an. Du kannst es mir schicken. Dann schaue ich mir das Zuhause noch einmal an. Du kannst es mir schicken. Dann schaue ich mir das Zuhause noch einmal an. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ich habe kein Bargeld dabei. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ich habe kein Bargeld dabei. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ich habe kein Bargeld dabei. Draußen ist es morgens noch kalt, aber es ist gemütlich mit einer Decke und einem warmen Getränk. Draußen ist es morgens noch kalt, aber es ist gemütlich mit einer Decke und einem warmen Getränk. Was hast du mir Schönes mitgebracht? Das Gewicht von gefrorenem Schnee erhöht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Ich habe das Auto auf einer Auktion gekauft. Es hat nicht viel gekostet. Ich habe das Auto auf einer Auktion gekauft. Es hat nicht viel gekostet. Ich arbeite in einer Brauerei. Ich bin Bierbrauer. Ich arbeite in einer Brauerei. Ich bin Bierbrauer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.